So, ich habe hier die Erde und die Erde hat einen Äquator und einen Nordpol, einen Südpol und wir sind, und dann habe ich noch so einen Längengrad, genau, gut, und um nach München zu kommen, muss man ungefähr 11 Grad hier in diese Richtung gehen und dann 48 Grad nach oben gehen, so, 4, 8 Grad und dann ist man in München. Das ist jetzt die Erde, gut, und für die Sterne gilt folgendes, ich habe die Erde und ich stelle mich in Gedanken hier rein, ich habe hier Nordpol, Südpol und da habe ich jetzt irgendwo einen Stern, gut, und dann gehe ich an, dann schaue ich mir, also ich projiziere diesen Äquator in den Himmel hinein und dann habe ich einen bestimmten Winkel. Das ist die Deklination, Delta, also wie viele Grad muss ich nach oben gehen? Das ist unabhängig vom Breitengrad, der Breitengrad ist, wo ich mich gerade auf der Erde befinde, aber bei der Deklination bin ich immer am Mittelpunkt der Erde, immer in der Mitte. Jeder Astronom projiziert sich in diese Mitte hinein. Gut, und dann brauche ich noch einen Längengrad, dann brauche ich irgendeinen Punkt, also auf der Erde ist es ja Greenwich, da lege ich den Längengrad rein und bei dem Sternenhimmel ist es eben der Frühlingspunkt, das ist ein Punkt, der ist da irgendwo und dann habe ich dann hier so meinen Längengrad und dann kann ich, also nachdem ich da hochgelaufen bin, noch querlaufen, Länge angeben. Das ist jetzt hier so ein bisschen, aber da schaut doch mal Seite 20 nach, da seht ihr das schöner. Den Längengrad habe ich nicht schön gezeichnet.